Ein herzliches Glück auf allen Zuseherinnen und Zusehern von Kana Neuen Erzgebirge. Ich grüße Sie ganz herzlich aus der Silberstadt Freiberg und möchte Sie einladen zu einem wunderbaren Sommerfestwochenende, wenn hier in Freiberg das 35. Bergstadtfest stattfindet. Ein Bergstadtfest, wie es früher schon einmal war, wie wir es kennen, mit Rummel, mit Veranstaltungen, mit einem Wein- und Bierdorf, mit einem historischen Markt, einer Bergparade und einem großen Abschlussfeuerwerk. Es wird ein tolles Wochenende, wo wir gemeinsam miteinander feiern und den musikalischen Auftakt macht unsere mittelsächsische Philharmonie mit der Band Soulwalkers am Donnerstagabend. Davor erfahren Sie, wer die neue Silberstadtkönigin wird, die Nachfolgerin unserer bezaubernden Julia. Am Wochenende spielen deutsche Bands, spielen internationale Bands und bringen den Obermarkt in Partystimmung, sodass wir alle miteinander gemeinsam feiern können, dass wir einfach ein schönes Wochenende bekommen und Sie können das Auto stehen lassen. Mit dem neuen Euro-Ticket können Sie die Freiberger Eisenbahn benutzen, können Sie den Bergstadtexpress, der extra Frontbrand Erbesdorf nach Freiberg am Wochenende wieder eingerichtet wurde, beide bieten auch Sonderfahrzeiten an, Sie haben einen Bus-Shuttle, der die Ortsteile von Freiberg anbindet, sodass jeder, der möchte, herzlich willkommen ist. Eine Bedingung habe ich nur, alle müssen gute Laune mitbringen, dann wird es ein richtig schönes Fest. In diesem Sinne, wir sehen uns auf dem 35. Bergstadtenfest. Glück auf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017